Jo Leute, was geht? I am Bengo hier und wir sind wieder zu beginnen einem weiteren F1 2021 Video. Heute wieder mit zwei Five Lappers. Eines in Ungarn, bei dem wir vorne starten und auch das ganze Rennen einfach durchschwitzen müssen. Das zweite in Brasilien ist das letzte Rennen des Tages vom Livestream. Wenn ihr dabei sein wollt, einfach auf Twitch rüber. Auf jeden Fall haben wir da auch nochmal viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns bald wieder. Peace! Five Red Lights hier in Ungarn. Und das war mal ein Start, der nicht so schlecht war. Haben da innen den Alpine, der mal wieder fast keinen Platz lässt. Werden da attackiert. Das war fast das Auto. Sieben Jahre ausgeschieden. Schneller Fahrer, weg. Unser Teamkollege weg, um genau zu sein. Unsere Startposition verloren gegen Xenocle. Das ist eine Verwarnung! Das auch. Wo fahren wir denn hier rum? Okay, keine Verwarnung. Lucky us. Und Reach of... Was war jetzt? Also, die Autos fühlen sich sehr anders an im Zeitfahren. Das muss ich schon sagen. Das muss ich schon sagen. Und wir pushen jetzt auch ein bisschen mit Batterie, damit wir ja dranbleiben. Wir haben Schwierigkeiten, Leute. Wir haben echt Schwierigkeiten. Das ist die Verwarnung Nummer 2. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Leute. Das wäre auch nicht gut gewesen. Was kommt da hinter uns? Spielstour. Wir kaufen nichts. Okay, DRS ist enabled. Wie kann der so spät bremsen? Der war in meiner Gripbox drin. Come on, wir wollen aber... Cynical. Okay. Ja. 2 Sekunden Strafe. Okay, Claire. Es ist so schwitzig. Haha. Uh, vorne auch 2 Sekunden. Es ist so schwitzig. Ja, wir kommen ultra weit. Ja, wir kommen ultra weit. Das hat man sehr gern. Vor der DRS-Zone. Und wie kann B2 jetzt wieder so nah sein? Schenkt ihm der DRS. Zweimal. Nächste Runde. Oh mein Gott. Hum. Ja, ja. Wiss du? Ich bin am Stradi. Er ist knapp nicht im DS. Oh Leute, das sind vier Sekunden Strafe. Der schiebt ihn an. Schwierig überholen hier. Boah, ich dachte kurzzeitig umstrafe. Ah. Kurz überlegt. Ja, sie haben zwei Sekunden. Ah, alles gut, alles gut, alles gut, ja, aber schade. Ich wollte keine Strafe. Uh, das sind irgendwelche Schwierigkeiten. Let's go. Das war kurz, mein Herz. Mein Herz. Alles gut, alles gut. B2, let's go. Oh. Mal schauen, was hier in die Kurve 1, 2 und 3 passiert. Ist immer sehr gefährlich, deswegen werden wir aufmerksam sein wie ein Luchs. Wie ein Luchs. Ja, da haben wir schon voll reingefahren. Aber ab jetzt. Ja. Let's go. Weg. 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 Also brauchen wir uns auch noch. Bari sind bei uns und wir haben P9 eingenommen. Wir waren gut in Statt. So, jetzt schauen wir, dass wir an die dann näher kommen. Uh, da war Kontakt. Uh, da war mehr Kontakt. Ja, ich konnte nichts machen, es tut mir leid. Ich musste voller Bremsen, das wäre mein Flügel gewesen. Das wäre mein Flügel gewesen. Boah, lucky me. Vielleicht komme ich noch hinten vorbei, aber es wurde die Vollbremsung, blieb nichts anderes übrig. Mal schauen, ob wir da noch mehr kommen, aber es wird schwierig. Ich denke, vor YouTube ist da ein bisschen ein Loch, muss ich sagen. Idioten ist hinter uns, der hat was vor anscheinend. Kommt uns das sehr nah. Ein bisschen erschrocken. Haben wir schon eine Verwarnung? Ich glaube nicht, oder? Keks mit der schnellsten Runde ist der erste Platz. Let's go. DRS wird die Runde aktiviert. 2 Sekundenstrafe vorne. Na ja, Position 9 ist dann eng geworden hier. Nochmal kleiner Bodycheck ihr zwei. Diesmal schafft ihr es durch. Die Antwort wird spätestens auf der Mainstraight kommen. Mal schauen. Mal schauen. Nein, er ist zu weit weg. Er ist zu weit weg. Er wird nicht antworten können. Da werden wir eher antworten oder mitziehen. Ich versuche es. He he. Mann. Ja. Wir lassen das Ziel nicht vorbei. Ja, ich weiss Schiff, sei leise, Mann. Ich will da noch überholen. Wir hätten da wahrscheinlich alle überholt. Also in der alle drei, die da waren. Boah, aggressiv, aber noch möglich, würde ich sagen. Und auf ein neues. Warum ist er auf der Graden so schnell, Mann? Wir wollen da, wir wollen vorbei, Mann. Wir wollen da, wir wollen vorbei, Mann. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.